Tag 2 auf der MiePim. Und zur Überraschung vieler hat sich die Stimmung hier nach den ersten eineinhalb Tagen aufgehellt. Insbesondere bei jenen Playern, welche abseits der Asset-Klasse wohnen unterwegs sind. Mehr und mehr kristallisiert sich aber auch heraus, dass Cash wieder King ist. Und jene, die in den vergangenen Jahren clever genug waren, Erträge im Unternehmen zu belassen, stehen jetzt bereits wieder am Start, die neuen sich ergebenen Chancen zu nutzen. Klar ist aber auch, die Zeit der Casino-Mentalität ist auf unabsehbare Zeit jetzt einmal vorbei. Und das ist auch gut so.